3, 2, 1, Samstag, nix zu tun und Kofi hat nen Sack gefunden. Kofi, das ist kein Dankeschwister, dass wir hier bestimmt nen Jägermaster um. Ja, Achtung, will ich hier. Ne, ich sag's ja, da passt gerade mit du rein. Nix für kleinen Jungs nämlich. Oder, oder wir hätten da noch was im Eingebogen, hab ich grad gesehen. Wir hätten da noch was im Eingebogen, ja. Hier sagt man was immer spannend, Bob. Spannend, Bob. Ja, Patrick. Komm, stell dich mal hin. Zeig dich mal mit der... So, ja. Samstagmittag, wir haben nix zu tun. Nein, stimmt nicht, es ist Samstag 18.15 Uhr. Und? Es ist kein Gas da, kein Gas. Nur Spannsparbon, Patrick. Genau, nur Spannsparbon, Patrick. Und wir haben einen Schrank. Äh, wir haben einen Schrank, da wird das gerade entrümpelt. Schrank. 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 Ja, was ist denn da wie ein Bild? Das ist ne alte Belege hier, die müssen wir mal aussehen. Oh, das müssen wir ruhig auf Hand vorhalten, bevor das Finanzamt das sieht. Hier. 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 Wir haben nix zu tun. Gar nix zu tun. Oh, guck mal, ein Kronen-Tablett. Ja, ja. Ich will Koffi. Der Koffi findet Sachen, die sind von 1980. Ein Kronen-Tablett. Das sieht auch geil aus, ne? Oh, das ist schön. Aber ich weiß nicht, ob wir das benutzen dürfen. Nö. Aber wir haben auch einen Frankenhaar. Achso, wir haben ja auch. Ja. Was hast du da gefunden? Aufmachen. 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 Nix drin. Doch was drin. Genau. Spannsparbinden. Ich hab' lebe. Wollen wir den jetzt auch oben mit in so einer Schublade packen? So für direkten Zugriff oder so? Zum Tee. Genau. Ja. So für die Aufnahmedauffähigkeit auch nicht, dass es die einzige Packung wäre. Ja, wir haben noch eine zu gestoppte Packung. Gar nicht die zu schnappen. Zum Tee. Der ist wahrscheinlich normal. Und das ist auch normal. Der zweimal normal. Zweimal normal. Ganz wichtig. Wir können immer helfen. Silikon. Ja. Silikon ist ganz wichtig. Das ist ein Klebstoff. Milbstoff. Ich hab' schon mal ein Trinkgeld für ein Trinkgeld gefunden. Oh. Das ist ja das einzige Trinkgeld, welchen haben wir heute? Welchen haben wir heute? Den vierten, achten. Zwei Cent Trinkgeld. Um 18 Uhr 15. Vorsicht. Oh. Finanzamt. Was ist das denn? Das ist irgendein Zug oder sowas. Irgendwas. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier. Dann war es nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Klopfen.